Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ermittlungen wegen Fracht aus Russland auf Atlantic Navigator 2 in Rostocker Hafen. Fracht aus Russland. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen. Fracht aus Russland. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen. In einer bedeutenden Entwicklung in der Transportindustrie hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu einer Sendung aus Russland eingeleitet. Die genauen Details rund um die Fracht und deren Inhalt bleiben unklar. Aber diese Untersuchung hat das Potenzial, weitreichende Auswirkungen zu haben. Nach Quellenangaben aus dem Justizministerium wurde die Untersuchung nach dem Erhalt eines anonymen Tipps eingeleitet, dass die Sendung möglicherweise illegale Waren enthält. Die Fracht, die über eine russische Speditionsfirma verschickt wurde, wurde von den deutschen Behörden bei ihrer Ankunft in Deutschland angehalten und untersucht. Wir können bestätigen, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen in Bezug auf eine Sendung aus Russland eingeleitet hat. Wir sind nicht bereit, weitere Details bekannt zu geben, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, so eine Quelle aus dem Justizministerium, die unter Bedingung der Anonymität sprach, Quelle Tagesnachrichten. Die russische Speditionsfirma hat jegliches Fehlverhalten abgestritten. Wir sind ein ehrbares Unternehmen, das seit vielen Jahren im Frachtgeschäft tätig ist. Wir haben alle Vorschriften und Gesetze in allen Ländern, in denen wir tätig sind, strikt eingehalten, so ein Sprecher der Firma in einer offiziellen Erklärung. Quelle Transportwelt. Weitere Einzelheiten zur Untersuchung sind derzeit nicht bekannt. Aber wenn die Sendung tatsächlich illegale Waren enthält, könnte dies ernsthafte Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland haben und könnte auch die Sicherheits- und Zollvorschriften im internationalen Warenverkehr verändern. Quelle globale Wirtschaftsnachrichten. Die Ermittlungen sind in vollem Gange und wir werden weiterhin Berichte über alle wichtigen Entwicklungen in dieser Angelegenheit liefern. Geschrieben von Anita Farke, Mittwoch, 3. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.